Hallo, willkommen zu einem neuen Video in eigener Sache. Heute geht es darum, euch zu zeigen, wie das OLG Stuttgart in seinem Beschluss vom 24.06.2019 Lügen und Erpressungen einsetzt, um das Wechselmodell zu verhindern und die einen rein politischen Beschluss gefasst hat. In unserer Sache geht es ja darum, dass ich beschuldigt wurde vom Amtsgericht Ulm und OLG Stuttgart, unsere Kinder zu schädigen, weil ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Das Wechselmodell ist die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung. Ihr wisst, das steht im Artikel 3 Absatz 2 drin des Grundgesetzes. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Also no big deal, was ich da mit den Kindern bespreche, aber erstaunlicherweise finden das die genannten Gerichte schlimm für Kinder, wenn man mit ihnen darüber redet. Das ist eine Gefährdung, weil die Mutter will es ja nicht und dann müssen die Kinder sich ja entscheiden, ob sie hauptsächlich bei der Mutter leben wollen oder bei beiden Eltern. Und sowas ist anscheinend eine Schädigung der Kinder. Und das OLG Stuttgart hat in seinem Beschluss folgende Textpassage formuliert, die euch zeigt, mit welchen Methoden da gearbeitet wird, um politische Beschlüsse zu fassen, die gegen das Grundgesetz sind und den Politikern gefallen, aber Kinder schädigen, Eltern schädigen und sogar verfassungswidrig sind. Der Abschnitt lautet wie folgt. Auf längere Sicht und für einen in der Zukunft wieder unbegleiteten Umgang ist es dringend notwendig, dass der Vater, das bin ich, den regelmäßigen Aufenthalt zumindest der drei jüngeren Kinder bei der Mutter akzeptiert und seine für ihn sicher wertvollen Umgangszeiten nicht dazu nutzt, die Kinder weiter in den Konflikt mit einzubeziehen oder versucht, ihnen den Wunsch eines paritätischen Wechselmodells einzureden. Ja, OLG Stuttgart, es kann gar nicht sein, dass Kinder beide Eltern lieben und bei beiden Eltern von sich aus leben wollen. Sowas darf man den Kindern nicht einreden. Man darf ihnen nicht einreden, was sie nicht wollen. Nein, sie wollen ja nicht bei beiden Eltern leben. Das kann ja gar nicht sein. Das OLG Stuttgart kennt nur Kinder, die immer bei der Mutter leben wollen. Und wenn sie mal was anderes schreiben oder sagen, dann ist es ja so, dass der böse Vater diese Kinder manipuliert, beeinflusst hat und ihnen eingeredet hat, dass sie beide Eltern lieben dürfen und bei beiden Eltern leben dürfen. Ach Gott, wie schlimm sind denn diese Väter und wie arm sind diese Kinder dran, die dann diese irre Vorstellung haben, dass sie beide Eltern lieben, bei beiden Eltern leben wollen. Und dann macht ja das OLG Stuttgart in diesem Text auch noch diesen sehr nett gemeinten Hinweis, dass ja die Umgangszeiten mit den Kindern sicher sehr wertvoll für mich sind. Na, es ist aber wirklich gnädig, dass ihr versteht, dass die Zeit mit meinen Kindern sicher wertvoll für mich ist. Und der Text geht ja noch weiter. Ansonsten läuft er, der Vater, das bin ich, Gefahr, dass er sein bisheriges, gutes Verhältnis zu den Kindern verliert. Ach, ist es eine Drohung, dass wenn ich weiterhin für meine Grundrechte und die Grundrechte unserer Kinder mich einsetze, nämlich, dass ich gleichberechtigt bin zur Mutter und die Kinder das Recht haben, in Gleichberechtigung erzogen zu werden, dass ich dann Gefahr laufe, das Verhältnis zu meinen Kindern zu führen. Also das heißt, wenn ich weiterhin eine verfassungskonforme Position einnehme, unsere Kinder verfassungskonform erziehe, dann macht das Gericht was? Verliert dann meine Kinder? Also diese Methoden am OLG Stuttgart sind ganz klar erpresserisch und sie sind auch Lügen, denn die älteste Tochter ist ja noch vor diesem Beschluss von der Mutter zu mir geflohen, hat auch dem Gericht geschrieben, sie möchte nochmal angehört werden, um dem Gericht die Wahrheit zu erzählen und hat dem Gericht auch geschrieben, die Wahrheit ist, dass die Mutter und ihr Umfeld, sie und ihre Geschwister immer eingeschüchtert haben vor Anhörungen am Gericht, damit sie eben nicht sagen, was sie wollen, nämlich das Wechselmodell. Aber das wollte das OLG Stuttgart nicht hören und hat die älteste Tochter nicht nochmal angehört, hat die ganzen Briefe meiner ältesten Tochter, auch der anderen Kinder, in denen klipp und klar drin steht, dass sie das Wechselmodell wollen. Briefe, in denen sich die Kinder Hilfesuchen an das Gericht gewendet haben, weil sie eben eingeschüchtert wurden im Umfeld der Mutter, das hat es OLG Stuttgart alles vernachlässigt, lügt stattdessen, ich würde den Kindern einreden, dass sie das Wechselmodell wollen und droht mir auch noch damit, dass ich die Kinder verlieren könnte. Das gute Verhältnis zu unseren Kindern und die sicherlich für mich wichtigen Umgangszeiten dann nicht mehr wahrnehmen kann. Sowas ist erpresserisch und lügnerisch. Am Oberlandesgericht Stuttgart, am 11. Zivilsenat, wunderbarer Rechtsstaat dort in Stuttgart. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr über zukünftige Videos unterrichtet werden wollt, abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke, dann werdet ihr über alle beöffentlichten Videos benachrichtigt. Danke nochmal fürs Zuschauen und ciao zusammen.